Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will im Ukraine-Konflikt, hat sie sich für härtere Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin ausgesprochen. Die Verantwortlichen müssten persönliche Konsequenzen spüren, zum Beispiel, dass sie nicht mehr zum Shoppen einfach auf die Pariser Champs-Élysées reisen können, so Lambrecht in der Bild am Sonntag. Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine gibt es Befürchtungen, Moskau könnte das Nachbarland angreifen. Untertitelung des ZDF, 2020